Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Wir haben heute einen ganz starken Typen bei uns und zwar ist das der Hulk, der unglaubliche Hulk von Marvel und hier aus dem Film Avengers Age of Ultron. Ich glaube der war vor einigen Monaten im Kino oder vor einigen, ich glaube vor ein, zwei Jahren sogar und das sind hier so Wackelköpfe, die man sammeln kann von den Avengers. Das ist hier zum Beispiel der Hulk und wir können auch noch andere sammeln wie Captain America, Vision, den Hulkbuster von Iron Man Ultron, der Bösewicht in dem Film. Vielleicht habt ihr den Film ja gesehen, schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist so ein Wackelkopf, der sieht echt cool aus und ist echt lustig. Ist die Nummer 68 und ist geeignet ab drei Jahren. Vinyl Bubblehead, ein ganz großer Kopf, kleiner Körper. Unser Hulk, ein ganz starker Typ. Das kann man an die Seite und schaut euch das an. Der flippt aus. Hulk, Hulk flippt aus. Krümmel Monster? Ne, der ist nicht da. Das ist der Hulk. Hier sehen wir so Feder und dadurch kann der so toll wackeln. Könnt ihr natürlich bei Papa oder Mama auch ins Auto stellen, das sieht natürlich auch cool aus. Muss nur festgemacht werden. Und der Hulk, die Arme, die Beine, die können wir nicht bewegen. Ist natürlich im Grün. Der Kopf natürlich deutlich größer als der Körper. Aber das ist ja auch das Spezielle an diesem Spielzeug. Die Haare sehen wirklich sehr cool aus. Auch das Gesicht. Sehr muskulös. Den Kopf, den können wir so ein bisschen bewegen. Dann wackelt der. Ist natürlich zum Sammeln sehr geeignet mit den anderen Figuren. Wie eben hier gezeigt. Hulk, Vision, Hawkeye, Thor. Was ist denn euer Lieblings-Avenger? Schreibt es doch mal in die Kommentare oder eure Lieblings-Comic-Figur. Und hier ein Wackelkopf von Hulk. Sieht wirklich sehr spannend aus. Gefällt mir sehr. Mir gefallen die Avengers sehr. Oder auch die Marvel-Comics. Ja, und wir können hier den Körper so ein bisschen bewegen. Zu viel wollen wir auch nicht, weil ich habe das Gefühl, die Federn gehen dann kaputt. Aber das sieht natürlich echt toll aus. Der Hulk von den Avengers. Age of Ultron. Pop-Marvel nennen die sich. Hier. Vielleicht die Pop-Marvel-Wackelköpfe. So können wir sie ja nennen. Und, ja, ich weiß, Hulk. Ja, du flippst gleich wieder aus. Deswegen lasse ich dich mal in Ruhe, weil das ist ein ganz starker Typ. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wie gefällt euch dieses Spielzeug? Sollen wir euch noch andere Pop-Marvel-Wackelköpfe vorstellen? Mir gefallen sie sehr. Ich glaube, ich werde die auch sammeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim übernächsten Mal. Nein, beim nächsten Mal, Leute. Ciao.